Das, was eigentlich sowieso schon alle erwartet haben, ist nun eingetreten. Edin Terzic ist offiziell neuer Trainer von Borussia Dortmund und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Terzic gab folgendes Statement dazu ab. Mittlerweile dürfte vielen Menschen bekannt sein, welch besonderen Stellenwert der BVB in meinem Leben hat. Ich möchte mich daher herzlich bei Aki Watzke, Michael Zorc und Sebastian Kehl für das große Vertrauen und das Übertragen dieser großen Verantwortung bedanken. Wir werden jeden Tag alles für den Erfolg der Mannschaft und des gesamten Vereins geben. Passend dazu gibt es dann auch nochmal die Worte von Sebastian Kehl. Wir haben am Wochenende mehrere intensive Gespräche mit Edin Terzic geführt und sind überzeugt davon, dass diese Personalentscheidung für den BVB die richtige ist. Edin kennt unseren Klub, das Umfeld, einen großen Teil der Mannschaft und weiß um die Stellschrauben, an denen wir drehen möchten, um unseren Fans erfolgreichen Fußball bieten zu können. Die Saison 2022-23 steht im Zeichen eines sportlichen Neuanfangs. Diesen werden wir gemeinsam mit großer Freude und Leidenschaft vorantreiben. Im Endeffekt wird jetzt niemand darüber überrascht sein, dass Terzic auf Rose folgt. Trotzdem sind wir natürlich alle gespannt, ob er die Erwartungen erfüllen kann. Denn Fakt ist, nach der spektakulären Aufholjagd in der Saison 2021 und dem furiosen Pokalsieg gegen RB Leipzig, hat er Hoffnungen bei den Fans aufkeimen lassen wie kaum einer zuvor. Es sollte aber jedem klar sein, dass er dazu Zeit benötigte und es am Anfang auch unter ihm nicht optimal lief. Der Kader wird gerade umgebaut und die Spieler werden auch unter Umständen Zeit brauchen, zusammenzufinden. An sich denke ich aber, dass man optimistisch in die Zukunft schauen kann. Trotzdem Leute, es ist nicht gesichert, dass er sofort da anknüpft, wo er vor einem Jahr aufgehört hat. Und sollten die Ergebnisse am Anfang nicht passen, gebt Terzic einfach Zeit. An der Stelle jetzt natürlich erstmal die Frage an euch. Glaubt ihr, Terzic wird bis 2025 den ein oder anderen Titel mit dem BVB gewinnen? Oder denkt ihr, dass es auch mit ihm nichts wird? Schreibt mir gerne mal eure Meinungen dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und solltet ihr neu hier sein und es noch nicht getan haben, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.